Heute ist der Welttag gegen Gewalt gegen Frauen. Fast täglich stirbt eine Frau in Deutschland an Gewalt. Mein Name ist Gabi Schmidt, ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Bayern. Also keine von Ihnen muss Gewalt erfahren. Sie haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Sie haben das Recht sich zu wehren und nichts kann im Leben so schlimm sein, dass Ihnen irgendjemand Gewalt anwunden darf. Es gibt ein Geheimzeichen, mit dem Sie um Hilfe bitten können. Und ich hoffe, jeder erkennt es. Hand hoch, Finger rein, Hand nach unten. Das kann auch versteckt passieren. Und alle, die dieses Zeichen sehen, müssen dieser Frau helfen. Ich bitte Sie darum. Wir als Gesellschaft können es nicht hinnehmen, dass Frauen Gewalt erfahren. Ich hoffe, wir müssen in Zukunft diesen Tag nie mehr begehen. Jede von Ihnen müsste sofort und gleich Hilfe bekommen und Sie müssten Hilfe annehmen. Mein Name ist Gabi Schmidt und wann immer Sie Hilfe brauchen, wir helfen eben. Freie Wähler.